Ah, okay. Okay, das erklärt natürlich, wie wir hier hingekommen sind und alles so. Das Ding ist jetzt leider weg. Ähm, soviel zum Thema Wehren. Ich dachte, ich dachte, ja, das wäre so, nee, das wäre aber Hammer und sowas. Aber, also scheint kapitelmäßig irgendwie aufgeteilt zu sein, ähm, dass ich wenigstens nicht den Schaden mitnehme. Ich könnte übrigens auch keine Schwierigkeit oder so auswählen. Ich warte halt echt bloß drauf, bis die Puppe irgendwann mal aufsteht, ne? Ja, und beim letzten Mal hast du so hochgenommen. Ich weiß jetzt nicht, was ich der Puppe geben soll. Vielleicht ist die auch gar nicht so schlimm. Ich bilde mir das ein. Ach, guck mal, Schlüssel und Gesang. Sieht aus wie ein Hinweis. Wer hätte das gedacht? Okay, hier brauche ich wieder eine Schallplatte oder einen Tonabend. Ich bekomme ein Telefon. Und ich denke, es funktioniert nicht. Okay, dann muss ich ja komplett reparieren. Hm. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich noch... Okay, wir sind jetzt in so... Wie so eine Anderswelt, glaube ich. Es ist aber trotzdem noch, Gott sei Dank, recht friedlich. Ne? Nett. Spielzeug. Es ist unwahrscheinlich, dass es jemand erschrecken kann. Naja. Unwahrscheinlich, aber nicht komplett ausgeschlossen. Hihi. Ungünstig hier laufen, ne? Oh, das wäre halt... Vielleicht habe ich so viele Horrorspiele gespielt, dass ich dann jedes Mal denke, okay, jetzt wird der Strick reißen und das läuft uns direkt hinterher. Das ist mal ein cooles Bild. Zwar kaputt, aber hey. Äh, so. Ja, ich weiß nicht... Ne, warte mal. Es ist ja gar nicht... Ich weiß nicht, ob das dasselbe Haus ist oder vielleicht bloß ein anderer Flügel. Weil hier wäre jetzt eigentlich die Treppe gewesen, nicht Dussel. Entschuldigung. So viel zum Thema. So viel zum Thema die andere Welt. Und guck mal, der Kollege ist nicht mehr da. Ja, schrei noch rum, weißt du, damit die auch ganz genau wissen, wo du bist. Und dass du aufgewacht bist. Und dass die eventuell noch mal nachhaken müssten. Mit dem Messer. Gar nicht, ruhig. Ach, zum ersten Mal, dass ich da oben spreche, so busi, um ehrlich zu sein. Ja, lol. Kann man, kann man als Waffe verwenden. Äh, muss ich die ausrüsten dafür? Wahrscheinlich, ne? Das wird niemals gut gehen. Das wird niemals gut gehen. Aber ich muss die... Oh Gott, ich muss das hier jetzt mal weglegen, ne? Okay, ich weiß nicht, was... Okay, da brauche ich sowieso noch was für. Die Tür ist lockt. Ja, hier. Das wird sowas von nicht funktionieren, ey. Das ändert mich ein bisschen jetzt an Injection, um ehrlich zu sein. Zumindest das Geweih. Obwohl, das wäre halt cool, der, der das gemacht hat, mit meinem spanischen Fuzzi, der Injection gemacht hat. Das wäre nice. Obwohl... Doch, wäre schon gut. Die haben das Bede mit Horror. Okay, brauche noch Arme. Kann ich nicht einfach die nehmen? Ich meine, die scheint nicht so, als ob sie mir jetzt böse deswegen wäre. Oh ja, toll. Labyrinth-mäßig? Also, doch ist es nicht labyrinth-mäßig, aber könnte ganz schnell werden. Geil. Ich weiß nicht, ob das toter Junge oder totes Mädchen ist. Wir müssen nach 100 Pro lang. Mal gucken, ob ich den über den D-Z ziehen kann oder nicht. Dachte gerade, der hat eine Clones-Mask auf. Na. Auf dem Foto hält eine Hand etwas fest. Ja, wahrscheinlich ein Schlüssel oder sowas. Okay. Nett, nett. Hier ist kein Rekord. Okay. Okay. Aber... Hat ich mich überhaupt verletzt? Okay, gut. Hat Zähne abgezogen. Hat Zähne abgezogen. Aber ich meine, der ist so schnell und er braucht halt ein bisschen mit dem Hauen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so machen sollte. Fange will er spielen. Und ich kann hier nicht rennen. Ich kann hier nicht rennen. Lass mich rennen. Gut, vielleicht bloß einen kleinen Schluck auf oder irgendetwas ähnliches gehabt. Und, äh... Ja, hat sie mal ein bisschen rausgrödeln lassen. Kann ich die überhaupt besiegen? Weil ich meine, ich kann ja eh nicht... Ich glaube, ich kann die nicht besiegen, oder? Lol. Ja, gut, das... Ja. Sehr nice. Weil ich... Der wäre viel schneller gewesen als ich. Ach Gott, nee. Ich dachte aber, ich sterbe jetzt. Ist ja toll, jetzt kann ich wieder mit dieser grünen... Äh, mit der grünen... Mit der roten Suppe hier drumherum lauf. Was habe ich denn jetzt überhaupt mit den Puppenarmel? War das, ne? Puppenärmchen habe ich. Ja. Ich hoffe, das war auch das... Ich möchte mal sagen, das erste Viecher sah ein bisschen anders aus. Das sah eher wie ein Kind aus. Und nicht wie... Naja. Irgendwas vom Mars. Keine Ahnung. Äh, puh... Ach ja. Jetzt bin ich hier nochmal rausgekommen. Darf ich jetzt wieder rennen? Ja. Äh, so, warte mal. Puppenarme. Puppenarme. War das hier? Nee, das war es nicht. Oh! Das ist ja... Das lag aber wirklich vorhin nicht da, ne? Das lag nicht da. Das kann... Das hätte ich dabei nicht übersehen. Gut. Oder... War... Ein Radio. Es wurde in den USA... Oder in den USA hergestellt. Das ist sehr schön. Oder war ich hier doch... Doch, ich war hier schon. Zweifle ich schon wieder an mir selber. Stimmt, da fehlt eine Tür. Äh, ein Schlüssel. Da fehlt eine Tür. Na? Also, die Sachen ändern sich hier auch nicht. Möchte bald sagen, die Tür war nicht... Doch, von hier sind wir hier gekommen. Entschuldigung. Ähm... Mann, die Puppenarme oben. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt hier rennen, wenn... Nee, komm, keiner. Ich merke mir das halt null, ne? Hier waren keine Puppen. Das könnte ein bisschen dauern, bis ich die jetzt wieder finde. Und hier war unser Aufwachraum. Ich versuche mich zu weinen. Lalalala. Aber trotzdem, was war das für ein Vieh? Außerdem, ich habe gedacht... Wenn du hier schon am laufenden Band mehr oder weniger Trophäen kriegst... Ah lol, der Puppenbrumme hier hinten. Wom kriegst du dann keine, wenn du das komische große Viech umbringst? So, hier. Wofür auch immer. Ja, klar. Gut, jetzt weiß ich auch, warum das eher als Mystery und nicht als Horror, glaube ich, deklariert wurde. Gut, die Spiele haben wir für das Kind. Aber mir fehlt noch... Warte mal, irgendwas fehlt mir noch. Irgendetwas fehlt mir noch. Lass mich mal kurz überlegen. Hier... Aber ich habe nichts für das Hole, oder? Ich habe bloß die Spiele, den komischen Schlüssel. Musikbox. Hm. Okay, darf ich nicht vergessen. Warte mal. Der kleine Junge war oben. Diesmal war der kleine Junge wirklich oben. So. Nein, das war er nicht. Das war er auch nicht. Dann war er aber hier. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt einfach bloß die Spieluhr geben kann, oder nicht. Ich kann ja mal probieren. Vielleicht setzt er sie ja daneben. Okay, das war... Okay. Okay, Schlüssel der Osterpuppe 4. Ähm. Gut, ich habe irgendwie gedacht, ich müsste der Puppe noch irgendwas geben. Na gut. Und der Speicher, das ist auch sehr schön. Ein Schalüssel. Macht der da schon passen? Also, der hat ja nicht gesagt, dass... Dass da ein... Hör! Ich habe dich freigelassen! Blöde Kuh! Ich habe die freigelassen! Das kannst du mir nicht erzählen! Jetzt will ich aber auch wieder einen Healthpack haben. Warte mal, wo war denn jetzt dieser... Dieser komische... Das Gitterding? Warte mal. Ach man. Scheiße. Wie geht's mir? 35. Naja. Lief auf jeden Fall besser. Was denn? Warum habe ich noch keinen... Was kann ich denn hier noch holen? Baseball... Warum habe ich noch keine Knarre? Warum doktor-Song bis zur Knarre? Äh. Okay. Das ist eigentlich eher so das Schlimmste. Oder es gibt noch ein Kapitel. Vielleicht habe ich ja Glück. Äh. Das Schlimmste ist eigentlich, dass... Naja. Wegrennen bringt, glaube ich, nicht so viel. Vielleicht das... So. Kann ich vielleicht... Key. Okay, gut. Key. Äh. Key. Ja, ja, ja. Ich weiß. Wo brauchte ich noch ein Key? Warte mal. Key. Wie wär's denn mit hier? Ah. Wisst ihr? Ja. Wenn ich da rübergebe, bin ich tot, oder? Äh. Äh. Wo ist denn jetzt... Nein. Kommt das mir jetzt nach? Das Ding ist, ich werde das dann 100% schneiden müssen. Ich würde euch das nicht nochmal... Ja, ich will nicht sagen zumuten, aber... Weil es halt alles dann nochmal zeigen. Was ist das? Alter. Ich bin so kurz vorm Sterben. Bitte geh da rein und starte ein neues Kapitel, das ich 100... Ja, 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 da ist ein Hole. Okay, das geht auch. Oder gib mir was zum Heilen, das wär echt nice. Ja, und du? Was? Oder auf der anderen Seite irgendwie? Hä? Hä? Was hat... Was hat denn das jetzt gebracht? Warte mal. Ich habe gekurbelt, aber... Da kam irgendwas raus. Zumindest sah es so aus. Aber das war vorher nicht da, oder? Also die Matratze? Oder ich hab's bloß nicht gesehen. Aber wat... Was soll denn da jetzt passiert sein? Und das Blöde ist, sobald mich jetzt nochmal irgendjemand angreift... Bin ich am Arsch. Ist das Zeug zum Heilen da? Nee. Ich versteh's halt null. Ich werd nochmal alles abgehen. Also ich... Wüsste jetzt aber nicht, was da passiert ist. Äh, shit. Vielleicht hab ich ja Glück und hab hier noch irgendwo einen Verbandskasten übersehen oder so. Das wär ganz nice. Stimmt, die Schaltblätter müssen wir auch noch machen. Das hab ich vollkommen vergessen. Okay, nochmal runter. Hier kann ich zwar nicht rennen. Aber ich hoffe einfach mal, dass mich hier nichts angreift. Aber ich versteh auch nicht, warum... Ich denke mal einfach, dass wir Elisabeth... Warum Elisabeth uns angegriffen hat. Wir haben sie freigelassen und jetzt... Oder hat die bloß Bock zu töten? Das kann ja genauso sein. Aber das find ich... Mann. Nee, ich will nur ordentliche Erklärung haben. Bitte lass dir irgendwas zum Heilen sein, was ich übersehen hab. Aber gut, hier gibt's nicht viel zu übersehen, ne? Aber ich weiß halt beim besten Willen, ich weiß nicht, was diese komische Kuppel da gemacht hat. Und ich möchte... Vielleicht hat die in dem Raum irgendwas gemacht. Oh, warte mal. Da fällt mir ein... Bei dem Boden, ne? Also wahrscheinlich werde ich 100% jetzt sterben. Aber bei dem Boden war's ja so gewesen, der sah halt aus, als ob da irgendwelche Specker rauskommen. Vielleicht brauchte ich die Kurbel, damit ich da durchgehen kann. Aber da ist dieses Kackviech drin. Vielleicht hab ich euch auch Glück und das Spiel ist so nett und haut es irgendwo anders hin. So. Äh, la la la. Äh, so. Ich will aber vorher noch mal kurz was testen. Na, ich muss halt echt einen günstigen Moment erwischen, aber man wird's halt, glaube ich, nicht komplett schaffen. Oh. Oh. Okay. Das macht Sinn. Ja, lol. Ich hab doch... Ich hab aber jemanden was von Silent Hill abgekriegt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber es kommt mir so ein bisschen so vor. Oh, Gott sei Dank. Ja, gönn dir. Gönn dir. Gönn dir, Junge. Wie viel bringt denn das eigentlich? Oh, volle 100. Geil. Oh, Basie. Ein Stacheldraht, Basie. Eine Barbie. Schön. Äh, Barbie ist es nicht. Barbie ist es nicht. Da wäre noch Stacheldraht rum. Das sind ja Nägel. Hab ich mich verguckt. Aber trotzdem. Ist dann... Das ist dann jetzt heute unsere Barbie. Schön. Und eine Schallplatte. Auch schön. Huh. Ha. Wir nennen es einfach Barbie. Au. Warte mal. Warte mal. Nein, 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 nein. Komm, komm. Zuerst. Zuerst? Was ist zuerst? Warte mal. Okay, ich war da jetzt noch nicht drin. Warte, das machen wir, das machen wir ja schnell. Das machen wir mal schnell. Das kriegen wir hin. Vielleicht. Ah. Äh, 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 äh. Nein, ich hab doch mein Hammer nicht. Oh, du kannst doch nicht. Ah. 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 Ah, lol. Ach, kacke. Das hab ich komplett ver... Ah. Scheiße. Wie viel hab ich noch? Ich werd das nie mal... Neun. Den ganzen neuen. Ich krieg zwar jetzt noch einen... Ne, dann hab ich eh wieder 100%. Ja, das ist... Ne, Quatsch. Krieg ich nicht, ne? Och, lecke mich. Ja, wenn man schnell sein muss, ne? Wenn man schnell sein muss. Wie kriegen's denn? Huh. Okay. So. Hammer ausrüsten. Ich mein, das hab ich schon mal geschafft. Also schaff ich's nochmal. Und... Ich muss einfach nur... Versuchen zurück zu gehen. Ein bisschen immer vor und zurück. Okay. Wünsch mir Glück. Hi. Ja, das... Fuck. Warum bist du so stark? Oh, man. Also ich sag mal so, wenn das jetzt... Wenn das jetzt noch... Wie viel hab ich jetzt? 22. Könnte reichen. Könnte reichen. Äh. Scheiße. Den dicken muss ich aber so machen. Den dicken muss ich auf jeden Fall so machen. So, go. Okay. Also man kriegt's auch hin, ohne betroffen zu werden. Ja, dann hier. Go. Nein. Entschuldigung. Ich komm hier... Hier steht immer noch meine Kaffeetasse rum. Deswegen, da komm ich immer ran. Und jetzt hat sie sich irgendwie verhakt. Wir kriegen das noch hin. So. Ich würde halt gern bloß wissen, ich hab ja jetzt noch 22. Aber ich will's halt auch nicht riskieren, Mist. Weiß ich gar nicht, ob unsere Barbie, äh... So viel besser ist, oder nicht? Ja, ich muss es nehmen, weil... Bringt mir nichts. Ich hoffe einfach mal, dass die stärker ist. Okay, wünsch mir Glück. Ansonsten muss ich das morgen als allererstes reinschneiden und... Ich treffe ja nicht mal. Ach so, oder? Jetzt mal. Ah, fuck. Ah, shit. Ich dachte, der wird mal... Oh. Okay. Das ging nicht. Ich will aber erstmal durch die Tür hier raus. In der Hoffnung, dass ich safe bin. Okay. Wie viel haben wir noch? 60. Also, das ging echt ganz gut. Das ging echt ganz gut. Äh, die Schallplatte. War das hier? Nee, das war nicht hier. Das war... Wir hatten... Warte mal. Nee, das war, glaub ich, unten, ne? Also, ja, das ist nicht unten, aber... Ihr wisst, was ich mir, ne? Aha. Ja, jetzt aber. Ja, jetzt aber... Wie viel gehen Sie, was ich gehört? Wie viel, was ich viel? Ich lass dich in Ordnung, dass ich alles warte. Ich freue mich. IchОhn. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich.